Hallo liebe Leute, Grüße zu Witz des Tages, heute ist der Winter. Heute der Spinatwitz. Der Moment ist immer weit. Hallo liebe Leute, Grüße zu Witz des Tages, ich versuche jeden Tag und groß und interessiert. Heute ist der Spinatwitz und zwar ist der von Süperdumpfback und grüße gehen von Ihnen an Stacey Lee Blackmoon und Heinrich Pimmler. Er hat mir den Witz über E-Mail geschickt, könnt ihr auch und da könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Der Spinatwitz, der geht so, Hans sagt zu Fritzchen, Spinat will ich nicht mal für Geld essen. Und dann Fritzchen, und Hundefutter? Und er sagt, Hans, nee nicht mal für Hundefutter. Hans sagt zu Fritzchen, Spinat würde ich nicht mal für Geld essen. Und dann fragt Fritz, und Hundefutter? Und dann antwortet Hans, nee nicht mal für Hundefutter. Und Erklärung, Hans sagt ja, er isst kein Spinat, nicht mal für Geld. Und er isst es auch nicht, wenn man Hundefutter gibt, ist das auch nicht da, ähm, den Spinat da. Nicht mal für Hundefutter wird der Spinat isst da. Okay, zaka, mit der Unien. erased klar Marifur, wenn die Uniener haben führt, muss man sich vergründet entgegen. Jetzt warum becendet man, dass Weg, wenn man sofort geht und auch immer nur folgt. Wir schauen uns gut zum Beispiel, wenn man Zhuang uprising ins Anschluss bei 볼ppy Kartevlogger. Vielen Dank.